Elguna, ein Hotspot für Genießer und Foodies. Wir haben uns quer durch die Lagunen statt am Roten Meer gegessen und präsentieren euch unseren Elguna Food Guide und unsere Top 3 Restaurants. Unser erster Tipp befindet sich in der Marina. Neben Maritim & Flair gibt es hier Boutiquen, Clubs und die ein oder andere dicke Yacht. Die Speisekarte des Le Garage ist etwas für Fleischliebhaber. Es gibt deftige Burger, Carpaccio mit Trüffelöl und Tartar. Aber auch leckere Optionen für Vegetarier. Die Tische mit Blick auf den Hafen sind definitiv eines unserer Highlights. Das Chicha befindet sich in Downtown Elguna, in der Nachbarschaft vieler weiterer Restaurants. Der Boho Flair ist direkt mal der erste Pluspunkt. Doch vor allem die Speisekarte hat uns hier wieder überzeugt. Hier gibt es mittel- und südamerikanische Gerichte. Ganz ehrlich, hätten hier gerne einfach einmal alles bestellt. Wir haben uns für eine Variation aus Tacos, Fingerfood und Salaten entschieden. OMG, war das alles lecker! Im Bongoyo waren wir gleich mehrmals. Zuerst fanden wir nur den Namen lustig, doch wir haben uns ziemlich schnell einfach in das Restaurant verliebt. Der Fokus liegt hier auf Südafrika und Grillspezialitäten. Wir haben uns für Curry, Risotto und Scampi in Vanillesoße entschieden. Klingt komisch, schwöre euch aber, das war der Hammer. Ach, und Wings hatten wir auch noch. Hätte mich direkt vor Ort einfach in alles reinlegen können. Übrigens, Wein in El Guna ist auch so ein Thema. Die Stadt hat nämlich ihre eigene Winery und an edlen Tropfen mangelt es hier also nirgends.